Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Megaman 4 in der Megaman Legacy Collection und wir gehen jetzt einfach mal weiter, aber ich seh gerade, ich hab kaum noch Energie, das ich heiße. So, Mr. Drillman, jetzt kriegst du auf den Deckel. Wahrscheinlich krieg ich eher einen auf den Deckel, aber hey! Er macht Randale. Darf ich mitmachen? So, ähm, Dive. Oh, schau, da ist die Musik weg. So, komm her. Was ist das jetzt? Mistvieh. Oh, das wird schon wieder eng, Leute, das wird schon wieder eng. Ich seh's kommen. Oh, das wird schon wieder eng. Oh, schau. Nein! Alter. Wenn er ja auch nicht mittendrin einfach stehen bleiben würde, würde ich auch nicht aufhinhüppen. Wenn er nicht sowas machen würde, hätte ich ihm wahrscheinlich schon nichts platt. Oh, der bleibt schon wieder mittendrin stehen im Trend. Alter! Oh, der bleibt schon wieder mittendrin. Oh, der bleibt auch nicht. Oh, der nächste Böne ist glatt. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! So, die nächste Waffe können wir uns eigentlich getrosten sparen. Aber du hast... Drillbomber! Oh, ich krieg noch was! Rush! You got! Rush Jet! Adapter! Er kommt ein bisschen spät, ne? So! Ich wollt grad sagen, wir gehen zu Dr. Wily. Aber er ist es ja diesmal gar nicht. So, was erwartet uns hier jetzt wieder alles? Oh Gott! Wir sind im Schnee! Es ist nicht schön! Es reimt sich sogar! Oh Gott! Oh Gott! Oh cool! Rutschen tut er auch noch! Ganz ehrlich! Gleich bereue ich es, weil dann andere Viecher kommen! Oh Gott! 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 Was haben wir denn hier alles nicht so schön? Was war das? Auch eine Möglichkeit. Außer wenn es dann irgendwann aufhört zu funktionieren. Ich merke mich da. Komisch, dass es auch keine Sound oder Animation mehr gibt. Es verschwindet einfach. Muss ich nicht verstehen. Ist aber so. So. Nehmen wir mit. Und unten war er tot. Überall lauert der tot. Habe ich das schon mal erwähnt? Manchmal möchte ich das Spiel einfach nur. Geh die Wand schmeißen. Ach komm schon. Ah, das war knapp. Echt jetzt? Ist man ohne den noch auch ein bisschen aufgeschmissen, oder? Aber die letzten Level setzen solche Sachen ja eh mittlerweile voraus. Wo gehen wir hin? Ähm, sehr schön. Wie funktioniert das jetzt? Töten die mich jetzt? Nein, das mache ich schon selbst. Sag ich doch. Ah, okay. So läuft der Hase. Tschüss. Puh. Puh. Puh, puh, puh. Tschüss. Zack. So. Jetzt ist natürlich die Frage, was erwartet uns hier jetzt? Ein dunkler Raum. Das hat nie was Gutes zu heißen. Ach du je. Was ist deine Schwachstelle? Nicht gefunden. Man könnte natürlich jetzt noch ausprobieren. Okay. Die Waffe bringt bei dem Fee gar nichts. Oh, oh, oh. Ähm, tot. Bringt nix. Okay, der treffe ich nicht mal. Was macht der Pharao? Ein bisschen Schaden. Oh Gott, das Vieh macht aber Schaden in die Drecksau. Oh, da haben wir doch was gefunden. Der macht schon Schaden. Der Ring ist es also. Yes! So, und wie es weiter geht, seht ihr in der nächsten Folge. Und wie immer sage ich, danke fürs Einschalten. Gabt euch wohl. Und tschüss.